So, jetzt machen wir die mal fertig hier, komm, bam, 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 okay, hab mich getroffen, gib ihm, yeah, alter, ich bin so krass, bam, hier, bam, und hier auf die Muriel hier, ich knall sie ab hier, komm Alex, truff, truff, alter, du bist so crazy, richtig krasser Typ, alter, ich klau dir jetzt jeden, ja, wenn der Spieler einen Trailer Feedback hätte, dann wäre das noch geiler, ja, ne, und wenn man bei den Minions sehen würde, weil man Last Hits macht, so zum Beispiel, ja, es gibt ja nicht, äh, genau, es gibt ja keinen Bereich, was nicht schlimm ist, es ist halt ein bisschen, äh, für Profis mehr, das Spiel, ja, nix für dich, ja, heutzutage, ähm, müsste es halt mehr casualig sein, da ja, ab geworden, alter, aber wie gesagt, ich finde auch die Bars an sich, die sehen gut aus, vom Grafischen her, also UI und alles, kannst du nix sagen, Alter, guck mal, weil ich das hier für ein Bällchen auf der Waffe habe, ja, bam, Junge, beide gestunnt, alter, oh fuck, der rastet aus, gib ihm, gib ihm, wuuu, alter, ich hab ihn gekillt, Muriel, Digga, die hat mich, alter, du Noob, ich hab Double Kill, alter, Sonic, der über Support, wieder am Start, so, was Koviken hier schön ist, was Koviken hier schön ist, einfach das, was das Game sagt, mach so lange hier die Last Hits, wow, wow, ist Fred ein Kau, oh, Bin ich mal gespannt, also, ich glaub, das Spiel, ähm, kann man sich hier auch mal zocken. Find's der? Alter, ich schieß alle fünf Minuten, mein Auto-Attack. Brauchen wir hier mal so'n, so'n Pott rein. Uuuu, alter, der Mörder! Uuuu, wo bist denn du? Die machen mich! Gib hier! Die ist gestunnt! Alter, ich kill die. Hoch, ich bin gesprungen. Guck, wie gesprungen. Alter, ich bin zu crazy. Alter, wieso? Holst du dir die Last Hits alle? Weil ich der crazy Support bin, Junge. Ich glaub eher, du wartest drauf, dass du sie klauen kannst. Ich mach hier noch alles. Wenn du wieder Carry spielst und nix kannst, ich seh deine Schüsse gar nicht. Ich muss jetzt aber mal back. Was bringt denn dieser Sprung, den ich hab? Iconic Restoration. Restore 25 Mana when hitting an enemy hero. Achso, das ist meine passive. Ion Boosters. Launch Forward and Grand Decker in nearby allies decaying movement speed for two seconds. Aha, Iconic Restoration. 25 Mana when hitting an enemy hero. Restore 20 Mana when hitting an enemy hero to a maximum of 90. Okay, also wenn ich einen... Ne, wenn ich einen Gegner treffe, dann bekomm ich Mana wieder. Das ist meine passive. Glaub ich. Huch, was ist denn hier los? Ich muss irgendwas kaufen, Moment. Hier so ein paar Boots. Ich will offensive, ich kaufe offensive. So, ich bin auf dem Wake. Nein! Digga, guck mal, die Muriel, die macht dich fertig. Digga, zwei gegen einen, aber der hatte nix mehr. Kleiner Homo. Den mach ich fertig, warte mal ab. Da komm ich hin, Junge. Hier sind OP, Junge, die Boots. Der trifft jeden Hit. Ich hab grad krasse Moves gemacht. Wie hab ich das denn gemacht? Oh, die sind beide zurückgeportet. Aha. Das ist ein Stimmen mit Muriel. Nee, nee, die hatte kein Leben verloren. Die muss bei ihm Carry bleiben. Da kann ich eine so einfach programmiert haben, ja. Achso, ich denke mal, ich bin Muriel und will, äh... Oh, Mann. Und will so ein Dings machen. Und noch Baseman, diese Punkte, die ich da kriege. Äh, keine Ahnung, hab ich auch noch nicht kapiert. Wenn du Raptors killst, kriegst du welche. Und, glaub ich, wenn du Kills machst oder Assists oder so. Dann kriegst du, glaub ich, auch welche. Ja, ich hab vorhin Kill gemacht, das kann sein. Ich hab wirklich jetzt gemacht. Ich hab nur einen Punkt. Komm mal hier rechts. Lass mal in das Ding holen. Komm mal hier. Hier das Teil hier. Ja, gib mir das mal. Nee. Ich hab Attack Speed. Ja, mach. Attack Speed. Ja, dann, jetzt fetz. Bam! Übelst gestunnt, die Alter. Oh, es ist geslowt. Oh, der springt ja nach vorne. Hier gibt der Muriel. Bam! Ah, ich bin zu krass. Ich hab' Minions gehen aber nicht. Jojojojojo. Was macht die Bubble? Das ist eigentlich dasselbe wie von Muriel, oder nicht? Macht halt. Warte, ich guck mal. Nee, die startt doch in dem Dings, oder? Summon a bot that slows enemies for two seconds in an area, explodes after two seconds, dealing 58 damage, can be reactivated early for less damage, okay. Also, bleibt zwei Sekunden liegen und explodiert und macht Schaden. Lass mal noch nicht den Tower machen. Warum denn net? Damit die wieder herkommt. Ah! Aua. Manchmal kommt einfach kein Schuss raus. Ich hasse das an dem Spiel. Guck, die blocken sich. Sagt meine Frau auch immer. Komm, ich cage die! Nicolas Cage! Alter, ich hatte gerade irgendwie die Leckung. Ist gestunt! Er hat ein Schild! Alter, warum kann ich nur nach vorne springen? Kill doch mal die Muriel! Die Minions kill mich! Ist gestunt! Gib ihr! Oh, Alter, ich bin zu geil! Ich muss weg. Die rand, die kleine Musi! Oh. Ich skimmel mir das hier so. Oh, krass! Ich bin blass ruhig, das geil. Ähm. Offensive. Der Kugel macht einfach Doppelschüsse. Aber die zweite Kugel macht nur 30% Damage. Aber einfach mehr Damage raushauen, weißt du nicht? Sonst scheiß wie in den anderen Spänen. Okay. Enemy Tower destroyed. Oh, ich habe ja noch so ein Ding bekommen. Maschinengewehr, aber das Kind. Damage macht unser Müll. So ein Müll. Sondermüll. Allied Tower destroyed. Enemy has been slain. Leider nicht ulten. Wie weit geht denn hier mein Zauberbällchen? Okay, springt einmal. Komm, ruft da, ruft da! Komm, 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 go, 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 go! Oh, ich habe daneben geschossen. Oh, ich bin so krass. Gib ihr! Alter, ihr trifft jeden Schuss, die alte. Oha! Alter. Was denn? Hat er fight, Jungen? Ich habe fast 3000 Kohle. Ich muss mal einfach was inköpfen. Ja, dann geht doch mal back. Gleich. Piu, piu, piu. Ich mach eigentlich mal ein Rechtskrieg. Schön. Enemy Tower destroyed. Mit meinem Wort. Das erhöhlt in der Tech Speed. Ich dachte, man macht damage. Aber hier bei Decker müsste man, glaube ich, einstellen, dass der Schuss direkt rauskommt und nicht, dass man erst zielen muss. Okay. Alter, ich fresse gestunt. Und man könnte... Ich habe wieder gekauft. Doch, jetzt habe ich vier Punkte. Ey, bist du nicht weggegangen, um was zu kaufen? Ja, ich meine diese billigste Punkte da. Dann kannst du unterwegs auch kaufen. Ja, ich habe den Weg gesehen. Oh Gott. Also, ich finde es ein bisschen wack, dass der Sprung immer nur nach vorne geht und ich mich mehr aussuchen kann, wo ich hinspringe. Leute, du läufst rückwärts und springst wieder nach vorne. Ja, ja, genau. Go, 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 go. Bam, gestunt. Geh außerhalb des Cages. Der Alli hat sich tot. Der Alli hat sich tot. Der Alli hat sich tot. Du sagst immer, geh rein und da sind 50 Minions alt. Die gehen immer alle Uncent auf mich. Ja, weil du wack bist. Ich fighte gegen sie. Ich habe ja einen Mordok schon gekillt gehabt. Oh, die macht was. Ich habe keinen Mana mehr. Wenn mein Mana wegkommt... Jetzt habe ich Mana, aber keine Q. Jetzt habe ich eine Q. Nein! Das ist irgendwo hingeprallt. Oh Gott, da läuft mir einer hinterher. Kann ich mal eine Stiefel einsetzen? Nee. Kann ich überhaupt irgendwas einsetzen? Dinger. Das macht mich wahnsinnig, Junge. Komm mal her, hier sind eine Milliarde Minions. Pass auf, da kommt Murdoch. Ich habe keinen Mana mehr. Ich muss weg. Ja, fick ich. So, ich kann nichts kaufen. Doch, ich muss was kaufen können. Ich glaube, dass ich hier so mal so Legs habe. Also hast du das auch, dass dein Spiel schon mal kurz stehen bleibt? Nee. Warte mal, ich gehe mal wieder Vollbild raus. Das liegt daran. Maximized. Maximized window. Maximized window. Ich hatte auch... Ja. War auch gar nicht auf Mitte gestellt, sondern auf Epic, Leute. Das war eben die Epic-Grafik. Okay. Oh, jetzt hier. Bam! Oh, hier ist ein... Hier ist ein Gideon. Boah, ist er geplatzt. Jetzt habe ich wieder hier so einen Punkt. Was nehme ich denn da? Wo bist denn du? Der Gold-Buff ist wieder on. Aha, komm mal hier beim Red-Buff. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Hier bei Chimera. Alter, der bims nicht. Gib ihm. Hier, Red-Buff. Pullier. Hä? Ich glaube, ich stand hier neben ihm drin. Dann ging der Schuss scheinbar durch. Demoreal. Komm, 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 komm. Ja, ich. Und go. Ich bin zu krass. Der hat seine Uhr abgemacht. Bam! Ich bin zu krass. Boah, weil mein Schiff abstaubt ist. Alter, 9-0 stehe ich. Junge. Alter. Ich muss ja noch ein Ward stellen. Ah, Chimera. Hinter mir. Gib ihm böse. Alter. Hier ist eine Muriel. Hinter dir. Ist geslowed. Alter, ich bin zu krass. Ich geh mal back. Also so, als ich es damals gespielt habe, war das Spiel auf jeden Fall weit schlechter. Enemy Tower destroyed. So mit Arabisch gar nicht. Zumindest gegen Bots. Wie ist es denn, gegen Spieler ist ja noch was anderes. Weil du einen krassen Supporter dabei hast. Deswegen. Macht schon viel aus. Alter, wie schnell der platzt. Lass mal Raptor machen. Ich hab mal ein Rescue nicht mal benutzt für ein Attack Speed. Oh, da ist einer bei dir. Der macht dich platt. Oh. Komm zu mir. Okay, das ist das andere zu mir. Warte, Panik. Boah, der hat goldet. Ich bin rausgepft. Der macht mich. Nein. Ist der Bot schlecht. Ray Stone kommt zurück, teleportiert und rennt sofort wieder raus. Jetzt geht der ohne Mann und ohne Leben wieder auf die Lane. Wo sind wir hin? Wow. Oh Gott. Ich muss mal back. Alter. Wieso gibt es denn hier keine Riverbuffs? Da sind doch Riverbuffs. Guckt auf der Karte. Du bist grad nicht da. Guckt mal, ob ich den Pisser finde. Ich will den diesmal herkippen. Huiuhu. Wuhuhu. Wo finden die Lallos alle? Auf der Mitte ist ein Gideon. Ja, hol ich mich jetzt. Und rechts ist ein Greystone. Kann ich von hier treffen? Habe ich Zeit? Leute, klotter den noch für mich nicht. Da ist ein Muriel. Alli Double Kill. Alli Double Kill. Alli Tower is under attack. Was wir hier pushen? Ist schon auf jeden Fall mehr Skill-based. Du musst auch mit dem Punkt genau treffen. Es gibt keine Toleranz. Und die Schüsse haben Travel-Time. Genau, wenn sie das noch ein bisschen anpassen, dass es eine weitere Audience kriegt und ein Trefferfeedback, ich hoffe, der wird sich dafür schon dreimal geil anfühlen. Ja. Amara! Alter, ich rette immer den Arsch, Junge. Hab ihn doch gebetet, bin er raufgegangen gleich. Gebetet, sagt er. Hey, was ist das für ein Ding? War ja gar kein Schaden an dem Teil. Bang, bang, bang! Das ist ja der Rechtsbüge, so geil. Auch für das Ding. Da mache ich ja viel schneller, mir viel mehr Damage auf den Finger. Also ein Kit von Fimblast ist ganz cool in dem Spiel. Vielleicht sogar von allen Teilen das Beste. Boah, ich fand den bei Overprime richtig geil. Außer die Ulti. Ja, hier ist halt auch die Ult geil. Du bist am meisten gestorben. Als Fieder. Bang, bang, bang!